Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Auswahl-Orakel. Schön, dass du wieder mit dabei bist und wir gleich gemeinsam in die Karten schauen. Heute zum Thema Beruf und Berufung. Wie geht es da für dich weiter? Womit darfst du da jetzt rechnen? Ja, und wenn du ganz neu über dieses Video hierher gefunden hast, dann begrüße ich dich auch als neuen Zuschauer. Und ja, ich hoffe, du kannst hier ganz viel für dich mitnehmen. Und wenn du dich wohlfühlst und dir die Videos hier gefallen, dann lass mir doch gerne ein Abo da, damit du auch weiterhin hier schöne, hilfreiche Botschaften für dich bekommen kannst. Ja, und als Auswahlhilfe habe ich heute wieder Federn für dich. Und zwar einmal diese hier. Und die anderen beiden habe ich heute Morgen frisch am See gefunden, im Wasser. Schau intuitiv, wo es dich hinzieht. Du kannst natürlich auch in zwei oder drei Stapel reinschauen und nimm dir dann immer das mit, wo du spürst, das war deine Botschaft, das musstest du heute wissen. Und der Rest darf dann beiseite gelegt werden. Und ja, wenn du noch überlegen möchtest, drück gerne auf Stopp. Ansonsten fange ich mit dem ersten Stapel an. Hallo an dich, wenn du Stapel 1 gewählt hast. Und wir schauen mal, welche Botschaften für deine berufliche Situation hier heute zu dir kommen und was da in der nächsten Zeit auf dich zukommen möchte. Und wir gucken mal, was die Lennermond-Karten sagen. Da kommt schon mal die Sense und der Hund. Und mit der Sense kann ja etwas ja ganz plötzlich, ganz unerwartet passieren. Und das besteht aber auch Verletzungsgefahr. Und der Hund ja gleichzeitig steht für Unterstützung, Treue, Geselligkeit. Somit, ja, im beruflichen Bereich darfst du mit Konfliktsituationen rechnen oder musst du mit Konfliktsituationen rechnen. Also hier kann sein, dass im Miteinander, wo es vielleicht bisher recht freundschaftlich zuging, dass da, ja, wie Streit auf einmal kommt oder Konflikte einfach entstehen. Dass da vielleicht auf einmal irgendjemand irgendwas sagt oder tut, womit du gar nicht rechnest und was du gar nicht erwartest und wo es dann einfach gar nicht so sehr freundschaftlich zugeht. Genau, also dass einfach nur etwas, was geschehen könnte, wo du dann einfach Augen und Ohren offen hältst und bereit bist, vielleicht gewappnet bist, auf das ja einfach etwas Unerwartetes, Unschönes passieren könnte. Also Stress einfach kommt im Miteinander. Ja, dann schauen wir mal auf die Seelenforscherkarten. Da kommt der Schiffbruch und das Universum. Und das Universum sagt ja, es gibt einen höheren Plan und der Schiffbruch, das Schicksal führt dich an neue Orte. Und ja, somit kann das für dich hier eine wirklich eine so herausfordernde Situation sein oder so dich so vom Hocker reißen quasi, weil du vielleicht gar nicht das erwartet hast, dass auf einmal so die Stimmung kippt, so möchte ich das mal sagen. Vielleicht war alles bisher so ganz friedlich, man ist gut miteinander ausgekommen, so alles war harmonisch, freundschaftlich so auf einmal, ja wie als wenn da einer eben reingrätscht oder das Ganze irgendwie aufgewühlt wird und auf einmal wie so ein Fuchs, der in so einen Hühnerstall reinläuft und alles aufscheucht. Und es kann sein, dass du dich damit dann überhaupt nicht wohlfühlst und das so unangenehm für dich ist, dass du dich gezwungen siehst, die Situation verlassen zu wollen. Also vielleicht hast du dann bis dahin noch gedacht, ja, ich kann mir vorstellen, hier zu bleiben, ich fühle mich hier wohl, alles schick und so. Und dann kommt aber eben eine Situation, die du gar nicht gut findest, mit der du gar nicht irgendwie umzugehen weißt oder wo du einfach merkst, boah, okay, wenn das jetzt so bleibt, dann möchte ich das hier nicht mehr. Also ich könnte mir vorstellen, da kommt vielleicht einfach jemand ins Team oder so und bringt einfach Unruhe rein oder bringt eine ganz andere Energie rein. Und also nichts Kollegiales, sondern vielleicht was so gegeneinander aufstachelnd ist oder jemand, der vielleicht viel lästert oder was auch immer sowas eben. Und wo du dann merkst, boah, nee, das geht für mich irgendwie nicht. Ich mag diese Atmosphäre, diese Stimmung so nicht. und dass das für dich dann ein Grund ist, zu gehen möglicherweise oder eben etwas zu verändern oder die Abteilung zu wechseln oder was auch immer. Und somit kann das aber eben dann vom Schicksal bestimmt sein, dass du vielleicht dort bleiben wolltest und dich das Schicksal aber dazu bringt, weiterzugehen, weiterzuziehen, eben aufgrund dieser Erfahrung dann. Und das Universum, das spielt dann damit rein, dass es dort einen höheren Plan gibt, der dich an eine andere Position bringen möchte. Und dazu braucht es eben oft was Unbequemes und irgendwas, was uns so gar nicht gefällt, dass wir dann den Mut zusammennehmen oder die Motivation finden vielmehr, zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt eben hier. Also weil wenn es schön und gemütlich und angenehm bleiben würde, dann würdest du dort nicht weggehen, aber wahrscheinlich möchte dich deine Seele gerade auf die nächste Stufe bringen oder zu einer neuen Erfahrung führen einfach. Und ja, dann findet das Leben eben Wege, die aktuelle Situation irgendwie unbequem zu machen, sodass man dann eben sagt, okay, nee, hier gefällt es mir jetzt nicht mehr, ich suche mir dann mal was anderes. Und dieses andere, dieser neue Ort, ist eben auch genau das, wo du hin sollst, wo du hingeführt wirst. Ja, dann schauen wir mal. Was für dich noch kommt? Ja, Neubeginn, neue Erfahrungen, Gefühle und zu Hause Wohlfühlzone. Ja, ich finde, das passt da sehr gut dazu. Also für dich stebt dieser Neubeginn an, es warten neue Erfahrungen auf dich, genauso wie ich es schon so wahrgenommen habe einfach. Und deine Gefühle sind dort eben der Auslöser. Also kann sein, dort werden eben Emotionen angetriggert, die dich eben dazu bringen, Entscheidungen zu treffen. Also Gefühle, Emotionen, so sind häufig dann involviert in unsere Entscheidungsfindungen. Und wenn hier dann wirklich unangenehme Gefühle angetriggert werden, kann das wirklich deine Motivation sein, eben zu gehen, weil du dir einen Ort wünschst, der eben harmonisch ist, wo du dich wohlfühlst, wo es dir gut geht, was sich wie zu Hause anfühlt. Oder dass du zu Hause arbeiten möchtest, dass du vielleicht deine eigene Wohlfühlzone zu Hause, wirklich in deinem Zuhause hast. und es für dich darum geht, jetzt von zu Hause aus zu arbeiten. Vielleicht ist das ein Wunsch, den du auch schon länger in dir trägst. Und es war irgendwie so ein Zwiespalt. Und naja, auf Arbeit ist es ja eigentlich ganz nett und mit den Leuten und so. Und naja, wenn dann aber auch plötzlich Unruhe reinkommt, dann ist vielleicht doch so ein Gedanke von, vielleicht ist es zu Hause irgendwie doch schöner für mich. Da habe ich irgendwie meinen Frieden, da habe ich meine Ruhe, da kann ich es mir gemütlich machen. Also entweder das oder eben, dass du dir einen neuen Ort suchst, einen neuen Ort für dich findest, der für dich eine Wohlfühlzone ist. Weil auch im beruflichen Bereich möchtest du oder brauchst du eine Umgebung, wo du dich wie zu Hause fühlst. Denn du verbringst ja super viel Zeit, wahrscheinlich im Job, auf der Arbeit. Und wenn das dann sich nicht gut anfühlt und nicht angenehm ist, ja, dann ist es eben nicht so zielführend, nicht so vorteilhaft. Denn wir verbringen ja wirklich, die meisten von uns dann eben sehr viel Zeit in der Arbeit. Und ja, vielleicht denkst du auch so, okay, wenn da schwierige, herausfordernde Emotionen kommen und ich gehe dann, dann ist es wie weglaufen oder so. Und dass es vielleicht besser wäre, sich dann mit dem Gefühl und Emotionen auseinanderzusetzen und sich das anzuschauen und die Konflikte zu lösen und anzusprechen. Und ja, das kann auch ein Weg sein und vielleicht ist auch das gleichzeitig nötig. Aber ich kann so aus meiner Erfahrung und aus meiner Geschichte irgendwie für mich wirklich erkennen, dass es immer gut war, wenn ich dann weitergegangen bin. Also wenn ich der Unzufriedenheit quasi Raum gegeben habe und mich dann weiterentwickelt, weiterverändert habe oder eben weitergegangen bin. Also ich habe das nie bereut oder rückblickend kann ich nicht sagen, dass das irgendwo falsch war. Also man kann natürlich immer sagen, okay, ich gucke mir jetzt das Thema an. Ich bleibe jetzt hier, ich harre jetzt hier aus und ich versuche irgendwie damit umzugehen, zu lernen. Aber ich kann rückblickend wirklich nur sagen, also überall, wo ich unzufrieden war, bin ich halt früher oder später gegangen, habe dann mir eine neue Firma gesucht, so bis ich ja dann jetzt selbstständig bin und auch von zu Hause aus arbeite. Und ich kann sagen, also auch jeder Jobwechsel war gut, also hat mich weitergebracht, hat mir, ich habe entweder was Neues gelernt, ich habe neue Menschen kennengelernt, teilweise neue Freunde gefunden, dann in den Firmen. Manchmal war ich gar nicht lange da, aber dann kam es mir so vor, als wenn ich da nur gewesen bin, um diesen Menschen vielleicht kennenzulernen, um neue Freunde zu finden oder bestimmte Erfahrungen einfach zu machen. Und darum, für mich fühlt es sich so an, als wenn so Unzufriedenheit einfach ein sehr, sehr großer Motivator für Veränderungen ist. Und nicht immer muss es dann eben sein, dass wir da das aushalten und dass wir uns dann das Thema da lang und breit anschauen und das dann auflösen. Manchmal geht es einfach wirklich darum, dass das der Motor für einen nächsten Schritt ist. Weil, wie gesagt, wenn alles schön ist, dann bewegen wir uns nicht. Wir brauchen also Unzufriedenheit und Situationen, die uns in die Enge treiben, damit wir uns bewegen. So, wir machen es sonst nicht. Genau, deswegen. Und du bekommst noch ein Krafttier mit auf den Weg und es ist die Ziege. Ein gesunder Körper ist die Basis für ein erfülltes Leben. Nutze die Heilkraft der Kräuter und bewege dich ausreichend. Ja, also das ist einfach ein Impuls für dich, ja, vielleicht ein bisschen mehr Sport zu machen, spazieren zu gehen, jetzt vielleicht zu schwimmen im Sommer und dich ja auf gesunde Ernährung zu achten. Deinem Körper wirklich was Gutes zu tun, zu schauen, was braucht der jetzt. Das kann einfach unterstützend sein bei diesem Veränderungsprozess, der da jetzt auf dich wartet, dass du deinen Körper dort gut pflegst und ihm ein bisschen Power gibst, vielleicht durch Smoothies, grüne Smoothies, Heilkräuter-Smoothies oder Tee, Heilkräuter-Tee oder auch einfach etwas tust, was deinem Körper gut tut. Also, viel trinken, viel Bewegung, frische Luft, Natur, all das, Entspannung aber auch. Ja, du wirst wissen, was für deinen Körper jetzt gerade nötig ist und am besten ist und dabei wünsche ich dir ganz viel Freude. Ich wünsche dir alles Liebe für deinen Weg und ich hoffe, diese Botschaften waren hilfreich und wertvoll für dich und du konntest da etwas für dich mitnehmen und dann lass mich das gerne in den Kommentaren wissen. Ich freue mich, von dir zu lesen und wenn du das Gefühl hast, jemanden zu kennen, dem diese Botschaften auch dienlich sein können, dann leite das Video sehr gerne weiter an deine Freunde, Bekannten, Familie. Genau, und wenn du noch kein Abonnent bist, aber du hier eben viel für dich mitnehmen konntest und weitere Botschaften gerne bekommen möchtest, dann vergiss nicht, den Abonnieren-Button zu klicken. Und falls du irgendwie mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann melde dich auch dort super gern. Schau mal auf meiner Webseite vorbei. Mein Thema ist Beruf und Berufung. Dich in eine erfüllte, entspannte berufliche Situation zu bringen, also ein Berufsleben zu kreieren, wo du wirklich Erfüllung findest, wo du entspannt und gelassen arbeiten und wirken kannst. Einfach freudvoll, ohne Stress, ohne Hektik. Genau, ja, schau da mal in meine Angebote rein und dann wünsche ich dir alles Liebe. Hoffe, wir sehen uns hier in den nächsten Videos wieder und ich mache weiter mit dem zweiten Stapel. Hallo und ich, wenn du Stapel 2 gewählt hast und wir schauen, was beruflich jetzt auf dich zukommt, womit du dort rechnen darfst. Und wir schauen mal ins Lennemann. Da kommt der Park und der Ring. Somit geht es beruflich für dich jetzt darum, rauszugehen und dich zu zeigen. Du bist bereit für die Bühne und vielleicht zögerst du dort schon eine Weile mit Sichtbarkeit, hast irgendwie ein Thema einfach Struggle damit, dich zu zeigen, mit etwas rauszugehen, dich zu öffnen oder in der Öffentlichkeit auch zu zeigen. Vielleicht mit deiner Berufung oder mit deinem, vielleicht ist es noch ein Hobby im künstlerischen Bereich oder einfach in deinem Wirken. Und jetzt ist es Zeit, rauszugehen und es öffentlich zu machen. Vielleicht arbeitest du auch noch nebenbei, so ein bisschen im Geheimen irgendwie. Und dann wäre jetzt der Moment, das ein bisschen größer zu machen, ein bisschen auszubauen. Also hier gibt es etwas, was jetzt bereit ist für die größere Bühne. Du bist bereit, wirklich rauszugehen, dich zu zeigen. Und somit endet oder beginnt hier auch ein neuer Zyklus für dich und die Frage an dich, ob du Ja zum Leben sagst, ob du wirklich das Leben auch so lebst, wie du es dir wünschst, wie du es gerne hättest oder ob du dich mehr vom Leben leben lässt. Also sprich, einfach nur reagierst auf das, was sich so zeigt, aber nicht selber mitwirkst sozusagen. Also erkennst du die Möglichkeiten, die dein Leben dir bietet und nutzt du die oder hältst du dich eben noch zurück und nutzt einfach gar nicht so richtig das Leben für dich, um zu kreieren, um zu erschatten, um dich zu verwirklichen. Ja, und ja, ich meine, im beruflichen Bereich liegt auch das Thema Vertrag eben, neuer Kreislauf. Also es könnte auch sein für den einen oder anderen, dass hier ein neuer Vertrag kommt, unterschrieben wird, vielleicht etwas endet eben, also beim Ring kann sein, eben eine Verbindung, eine Beziehung im beruflichen Bereich endet jetzt und eine neue beginnt. Also das ist dann einfach auch zu einem neuen Vertrag kommt. und da achte dann einfach wirklich darauf, spür da rein, ist das wirklich das, was du machen möchtest? Ja, sagt da wirklich dein Herz ja oder unterschreibst du vielleicht einen Vertrag, weil es sicher ist oder Sicherheit verspricht und weil es eine lukrative Stelle ist, weil es eben viel Geld gibt oder ne, sowas oder weil du dann, weil es gut aussieht im Lebenslauf, ne, oder ist das wirklich, was du machen möchtest? Ist es wirklich, dass du ja auch dazu sagst, ja, ja, dann schauen wir mal in die Seelenforscherkarten. Die Reichsüberflutung und die Erde, ja, gönne dir eine Auszeit von digitaler Ablenkung und im beruflichen Kontext vielleicht, also zum einen die viele Zeit im Internet oder im Social Media, in der virtuellen Welt, es kann sein, dich, du lenkst dich damit ab, anstatt eben hier rauszugehen, ja, selber rauszugehen. also wenn du schon etwas hast, womit du dich ja zeigen möchtest, wovon ich hier ausgehe, wenn hier der Park kommt und du hast also vielleicht selber ein Angebot oder etwas, womit du schon unterstützen kannst, du hast vielleicht selber schon viel Wissen, was du teilen könntest, verbringst aber viel Zeit als, selber als Konsument, und scrollst vielleicht durch Instagram oder schaust dir YouTube-Videos von anderen Menschen an und so gehen die Stunden, Tage und Wochen ins Land und dabei könntest du aber selber kreieren und teilen, Sachen teilen und dort vielleicht längst oder vergleichst du dich dann auch dann wieder mit anderen, dann schaust du die ganze Zeit auf anderen Profilen und von anderen die Inhalte an, dann kommen sehr wahrscheinlich so Zweifel, dass du denkst, na, die machen das alle viel besser als ich und was soll ich da jetzt noch dazwischen, ich fange am besten gar nicht erst an, ich habe gar keine Chance, weil da sind schon so viele und die machen das alle so gut und all das hält dich eben davon ab, hier selber rauszugehen und darum einfach mal detoxen, schmeiß die Apps von deinem Handy runter, gönn dir da wirklich mal ein paar Wochen am besten, dass du dir das nicht, also dass du nicht auf andere so sehr schaust, sondern dass du dich dann wirklich mal mit dir verbindest und vielleicht dann mal überlegst, okay, was könntest du teilen, so wie könntest du dich nach draußen hin zeigen, ohne dass du dich da vom Außen ablenken oder beeinflussen beeinflussen oder ja davon abhalten lässt, weil dann eben Zweifel kommen und die Erde möchte dir sagen, alles wächst und gedeiht unter den richtigen Bedingungen, das heißt, du hast auch eine Chance, ja, dass du erfolgreich sein kannst, dass du mit dem, was du zu zeigen, zu sagen hast, zu geben hast, dass du damit gesehen wirst, dass du damit Erfolg haben wirst einfach, dass du damit wachsen kannst, dass du, dass es Menschen geben wird, die das brauchen, die das toll finden, die das mögen werden und wichtig ist eben, loszugehen, den ersten Schritt zu machen, dann kontinuierlich dran zu bleiben und quasi diesen Samen, den du mit dem ersten Schritt gesetzt hast, kontinuierlich und stetig zu bewässern und zu pflegen und dich zu kümmern und dieses Projekt zu hegen und dann wird es auch wachsen, da hat alles natürlich seine Zeit und die eine Pflanze wächst schneller als die andere und so ist das bei den Menschen eben auch mit ihren Projekten, das eine Projekt, das geht rasend schnell irgendwie und beim anderen dauert es halt viel, viel länger, aber das sagt nichts darüber aus, ob jetzt das eine besser ist oder wertiger oder so, sondern alles hat eben seine eigene Zeit, sein eigenes Tempo und jeder macht ja auch seine individuelle Erfahrung. Genau, dann schauen wir mal, was hier noch kommt. Überforderung, Stress, Hoffnung, Sehnsucht, Genuss ohne Reue. Ja, also Achtung, es kann hier zu Überforderung, zu Stress kommen und darauf wäre es auch wirklich gut für dich, diese Reizüberflutung dann noch durchs Internet zu drosseln, dass du da schon mal ein bisschen mehr Entspannung reinbringen kannst, dass das nicht noch so dazukommt, weil dieses viele im Internet oder auf Social Media, das ist einfach auch Stress für uns und es kann auch überfordern eben und darum wirklich distanzier dich davon, vielleicht auch hier, falls da ein neuer Vertrag kommt, so diese Geschichte, dass das einfach auch Stress bedeutet oder wenn du gerade eine Arbeitsstelle vielleicht hinter dir lässt, da ist ja meistens dann auch die letzten Tage noch super viel zu tun mit Übergang oder was weiß ich oder im neuen Job anzufangen, dann erstmal da reinzufinden und so. Also es kann hier zu Anstrengungen einfach und zu Stress kommen und dann gönn dir da eben Ruhe, Erholung, Entspannung zwischendurch, so gut es geht. Versuch dich selber nicht noch zusätzlich zu stressen, versuch in dir ruhig und gelassen zu bleiben und nimm Verbindung auf zu deinen Hoffnungen, zu deinen Sehnsüchten, zu deinen Träumen und erlaube dir, diese Träume zu träumen und zu genießen und die Vorstellung vielleicht zu genießen, wenn du deine Träume erreicht hast, aber natürlich auch nicht nur träumen, sondern auch Schritte gehen und zwischendurch aber auch das Leben genießen. Ja, also eben wenn viel Stress ist, wenn Hektik ist, wenn sehr viel zu tun ist, wenn einfach super viel Überforderung da ist, dann dich bewusst rauszuziehen und dir Momente der Freude zu gönnen und zu genießen und dir, ja, also wenn du Lust hast auf Schokoladeneis oder Schokokuchen, wenn du merkst, boah, ich brauche das jetzt einfach für mein Nervensystem oder für meine Seele, dann gönn's dir ohne schlechtes Gewissen. Ja. Und als Kraft hier bekommst du noch als Begleitung jetzt den Leoparden. Durch meine Energie gelingt es dir, konzentriert und zielgerichtet und mit wenig Aufwand Großes zu erreichen. Ja, auch das nochmal, eben der Hinweis, es muss nicht stressig sein, es braucht nicht überfordernd für dich sein. Du bist in der Lage, viel zu erreichen, ohne dass du dich da verausgaben musst. Natürlich, wenn man viel erreichen will, ja, man gibt auch sehr viel Energie rein, man tut viel, aber es braucht trotzdem nicht anstrengend sein. Es kann trotzdem mit einer gewissen Leichtigkeit einfach gehen. Und da ist es wichtig, der Freude zu folgen. Also wenn du tust, was dir Spaß macht, wenn du tust, die Dinge, so wie sie für dich einfach gut und richtig sind, dann ist es nicht stressig, dann ist es nicht überfordernd, wenn du dir deine Zeit selbst einteilen kannst. Und wenn du vor allen Dingen fokussiert bist und wirklich eben konzentriert, zielgerichtet, du weißt, wo du hin willst, du weißt, wie du es am besten erreichen kannst, du machst dir einen Plan, dann kannst du eben mit relativ wenig Aufwand Großes erreichen. Also lade diese Energie ein, lass dich vom Leoparden unterstützen, verbinde dich vielleicht wirklich mit ihm in der Meditation, in der inneren Reise, stell dir einen Leoparden vor, wie er vor dir sitzt und stell ihm vielleicht eine Frage, so wie kann ich mein Ziel jetzt erreichen, was könnte mein nächster Schritt sein, vielleicht empfängst du eine Botschaft, die dich unterstützt und dir weiterhilft. Und ich hoffe, dieses Orakel hat dich auch unterstützt und dir weitergeholfen, wenn das so ist. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, ich freue mich von dir zu lesen und wenn du Menschen kennst, die von diesen Botschaften auch profitieren können, teile das Video super gerne und lass mir ein Abo da, falls du noch kein Abonnent bist und hier aber gerne weitere Botschaften für dich als Unterstützung auf deinem Seelenweg erhalten möchtest. Ja, das hilft mir natürlich auch, dass der Kanal weiter wachsen kann und dass ich auch noch mehr Menschen erreichen kann. Und wenn du Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten, wenn ich dich unterstützen kann auf deinem Weg, also mein Thema ist ja auch in meiner Arbeit das Thema Berufung, dich quasi in ein erfülltes, in ein erspanntes, in ein freudvolles Berufsleben zu begleiten, dir zu helfen, deine Berufung zu leben, ja, dann schau da gerne auf meiner Webseite vorbei und vielleicht findest du dort ein passendes Angebot oder vereinbare gern ein gratis Kennenlerngespräch. Ja, und dann schicke ich dir ganz liebe Grüße, ich wünsche dir viel Erfolg auf deinem Weg, viel Glück, Spaß und Freude bei allem, was du tust und ich freue mich, wenn du hier wieder rein schaltest beim nächsten Mal und ich mache jetzt mit dem dritten Stapel weiter. Hallo an dich, wenn du Stapel 3 gewählt hast und wir schauen mal, was da beruflich jetzt auf dich zukommt, womit du rechnen darfst und wir gucken in die Lennemann-Karten, kommt der Storch und die Vögel, ja, so wie die Karten schon durcheinander gewurschtelt sind und die Vögel nämlich für Chaos stehen, für Hektik, Aufregung und die Störche für Wandel und Veränderungen, also ja, somit wird es aufregend für dich im beruflichen Bereich, es steht eine Veränderung an, es steht ein Wandel an und möglicherweise auch ein Ortswechsel, also im Sinne von auch einem Jobwechsel oder aber vielleicht auch der Weg vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit. Also auf jeden Fall hier größere Veränderungen auch und die auch damit zu tun haben, eben Umgebung, Ort, Arbeit zu wechseln und ja, die Situation kann jetzt verwandelt werden. Also auch, wenn du dir Veränderungen wünschst und es ist noch nicht da, es ist noch nicht sichtbar, es steht noch nicht vor der Tür, dann der Hinweis für dich, die Energien sind aber dafür gerade da, also deine Situation kannst du jetzt verwandeln, es liegt an deiner Entscheidung, also du darfst dich entscheiden, dass du dann Veränderungen möchtest, ja, also wo noch keine Veränderung sichtbar spürbar ist, es kann jetzt aber Veränderungen geschehen und ansonsten bei den anderen wird es schon da sein, dann wird es jetzt wirklich darum gehen, dass hier die Veränderung vollzogen wird und das Ganze natürlich kann mit Aufregung verbunden sein, mit Sorgen auch, also vielleicht das Ungewisse, so ja, wo lande ich da, wie wird es da, wenn ich diese Veränderung jetzt mache, wie wird es vielleicht in dem neuen Job oder wenn ich jetzt in die Selbstständigkeit gehe, wird das klappen, wird das irgendwie alles funktionieren und auch hier ja viel zu tun haben und dann fokussiert bleiben, konzentriert bleiben, also erde dich immer wieder, entspanne dich, finde Ruhe und Gelassenheit, also bleib ruhig in den hektischen Momenten, das kann auch zu Wankelmut führen, dass man dann irgendwie so ein bisschen schwankt, so soll ich wirklich, ist das jetzt wirklich eine gute Idee, sollte ich es vielleicht doch lieber lassen, bleib bei dir, bleib wirklich fokussiert, erinnere dich immer wieder daran, was ist dein Ziel, warum machst du das, warum willst du die Veränderung und bleib da konstant, so wirklich und ja, es wird bestimmt chaotisch sein, vor allen Dingen am Anfang, also jeder Neubeginn ist ja einfach schwierig, so man muss sich erstmal reinfinden in die neue Situation, sei das jetzt eine neue Firma, aber sei es vielleicht auch richtig selbstständig zu sein, so da muss man sich auch erstmal reinfinden, das ist einfach was anderes als angestellt zu sein und wenn man das noch nie eben war, dann ja, dann kann das am Anfang natürlich auch ein bisschen überfordernd sein, so weil es gibt einfach niemanden mehr, der dir sagt, so heute machst du das und das machst du so und so und ne, sondern ja, man ist da sein eigener Boss, was dann natürlich Vor- und Nachteile hat, so, dass man sich da erstmal reinfinden muss, sich selber die Aufträge sozusagen erteilt und erstmal herausfindet, ja, was sind denn jetzt alles meine Aufgaben und wie mache ich das am besten und wie mache ich das so, dass es sich für mich gut anfühlt und wie mache ich es so, dass es mich nicht überfordert oder stresst, so wie, weil wahrscheinlich, wenn du in die Selbstständigkeit gehst, möchtest du ja es ruhiger und entspannter haben als im Angestelltenverhältnis, falls es vorher stressig war und da muss man natürlich auch erstmal reinfinden, wie organisiert man sich da, damit es eben entspannt ist und wie macht man sich selber keinen Druck, man kann sich auch selber Stress machen, naja, all sowas eben, dann schauen wir mal, was die Seelenforscherkarten noch sagen, ja, da kommt der Sommer und die Verspieltheit, jetzt ist die Zeit, aktiv Pläne umzusetzen, ja, das zeigen ja schon die Störchen, es geht los, es geht in die Veränderung und ja, natürlich jetzt darfst du, sollst du Pläne umsetzen, also all die Ideen, die schon in deinem Kopf herumschwirren, jetzt steht ja auch tatsächlich der Sommer vor der Tür oder ist jetzt schon da und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin dann selber auch immer viel aktiver, habe ich das Gefühl, als so im Winter, ich habe auch so viele Ideen gerade, die ich umsetzen möchte, Tage sind irgendwie gar nicht lang genug, um das irgendwie immer alles zu schaffen, was ich machen will und vielleicht geht es dir auch und es ist einfach auch diese Sommerenergie und ja, jetzt ist einfach die Zeit dafür, dadurch, dass die Tage so lang sind, dass wir diese kraftvolle Sonnenwärme haben, sind wir einfach auch energiegeladener und haben viel mehr Energie, um Dinge umzusetzen, also nutzt diese Energie wirklich, um jetzt auch wirklich loszugehen und es eben, ja, um zu tun, was getan werden möchte und bleib aber dabei verspielt und neugierig und abenteuerlustig, ja, alles, was du tust, das ist einfach ein Experiment, also ja, nimm das Leben, versuch es nicht zu ernst zu sehen, also auch wenn du denkst, du hättest Fehler gemacht oder vielleicht, wenn du wirklich auf die Nase fällst und irgendwas nicht funktioniert und du scheiterst in Anführungsstrichen, versuch die Perspektive einzunehmen, das alles nur, es ist ein Experiment und du machst hier deine Erfahrungen, du probierst dich aus, du schaust eben, okay, was passiert, wenn ich jetzt das mache, was passiert, wenn ich diese Entscheidung treffe, was passiert, wenn ich jetzt diesen Weg gehe und manches funktioniert und manches funktioniert nicht und es ist nicht das eine besser als das andere, es ist alles einfach nur eine Erfahrung, eben so eine Erfahrung oder eine andere Erfahrung und das eine fühlt sich so an und das andere fühlt sich anders an und eigentlich geht es nur darum, genau das zu erfahren, wie fühlt sich das an, die und die Erfahrung zu machen und ja, trau dich einfach, Sachen auszuprobieren, ohne dass du dir allzu viele Sorgen machst, ja, was ist, wenn es nicht klappt, was ist, wenn ich scheitere, ja, dann ist es so, dann stehst du wieder auf, dann findest du neue Wege, dann geht es weiter, es geht immer weiter, also es kann eigentlich nichts Schlimmes passieren, so, es wird immer irgendwie weitergehen. Dann kommt hier Kreativität, Hobby, Grenzen bewahren und Geld und Finanzen. Da habe ich den Impuls, ja, es geht also vielleicht darum, wirklich mit dem Hobby, mit kreative Arbeit, mit kreativer Arbeit Geld zu verdienen, ja, also dir das vielleicht zu erlauben, mit wirklich mit dem, was dir Spaß und Freude macht, auch Geld zu verdienen, gutes Geld zu verdienen, leicht Geld zu verdienen, ja, also wenn du vielleicht noch so Überzeugungen hast oder Glaubensmuster aus der Familie, wo es heißt, Geld muss man sich hart erarbeiten, ja, oder Geld verdienen, das ist nicht leicht, das darf auch nicht Spaß machen, das muss harte Arbeit sein, nur hart verdientes Geld ist gutes Geld oder ist es wert, dass man das bekommt oder irgendwie sowas, ja, und vielleicht darfst du dich davon verabschieden und das loslassen und eben wirklich mit dem, was dir Freude macht, ja, auf leichte Weise, wie ich schon sagte, so ohne, dass du Stress haben musst, ohne, dass du überfordert bist, sondern weil du tust, was du liebst und weil du dich kreativ auslebst und weil du jetzt vielleicht das machst, was du vorher nebenbei gemacht hast als Hobby und das machst du jetzt beruflich und du darfst dafür auch ernten und Geld bekommen und gutes Geld, ne, und wie gesagt, auf leichte Weise und lerne, deine Grenzen zu bewahren. Und das ist, was ich schon meinte, dass wenn, also egal jetzt, ob du in einen neuen Job anfängst oder eben in diese Selbstständigkeit jetzt gehst, ne, lerne Stopp zu sagen, zu dir selber, wenn du merkst, du stresst dich selbst oder du überforderst dich selbst, weil du zu viel von dir verlangst oder weil du zu viel auf einmal willst, ja, setz dir selber Grenzen und hol dich da wieder zurück, aber auch in einer Firma eben, falls du dann gleich viel zu viel aufgeladen bekommst oder falls du viel zu viel Verantwortung bekommst gleich am Anfang oder, ne, also trau dich, erlaube dir zu sagen, nee, also ich brauche da irgendwie, ne, also ich brauche da was, ich brauche da jene Grenze, das geht für mich so nicht. Also erlaube dir Stopp zu sagen, wenn du merkst, es ist zu viel und es wird zu stressig und zu hektisch oder so. ja, also du bist dann gefragt, in die Verantwortung für dich zu gehen und dort eben Grenzen zu setzen. Dann bekommst du noch ein Krafttier, was dich jetzt unterstützt, die kommende Zeit und das ist die Katze. Ich lehre dir, dein Leben selbstbestimmt, frei, unabhängig und in völliger Entspannung zu leben. Ja, das passt doch da auch wunderbar dazu, ne, also, ja, verbinde dich wirklich mit der Energie der Katze. Also vielleicht bist du Katzenbesitzer, Katzenbesitzerin, dann, dann weißt du ja, wie entspannt die einfach sind und wie wenig sie sich Gedanken machen, so über was jetzt jemand von ihnen denkt oder so. Sie, ja, folgen frei ihren Impulsen, sie sind selbstbestimmt, ja, und diese Energie möchte sich auch in deinem Leben entfalten, ja, also du bist jemand definitiv, der eben dieses Selbstbestimmte, dieses Freie, dieses Unabhängige braucht. Darum kann ich mir vorstellen, viele, die diesen Stapel gewählt haben, werden tatsächlich den Weg in die Selbstständigkeit hier gehen, jetzt, ne, und wirklich auch den Plan haben, hey, ich möchte entspannt, ich möchte gelassen, ich möchte auf angenehme Weise einfach meinen Lebensunterhalt verdienen. Also, wenn ich schon Geld verdienen muss, dann darf es doch bitte auch Spaß machen, dann darf es doch trotzdem angenehm sein, dann muss es doch kein harter, stressiger Job sein, und genau das ist so, das würde ich unterschreiben und du verdienst auch genau das und strebe danach, wenn es dich danach verlangt, wenn dein Herz genau danach ruft, wenn du spürst, ich will mein eigener Chef sein, ich will, ich möchte das alles alleine entscheiden, ich möchte entscheiden, wann ich arbeite, von wo aus ich arbeite, und wie ich die Dinge mache, und wie lange am Tag, oder ob ich morgens, oder abends, oder nachts, oder da mal eine Stunde, und dann abends nochmal zwei Stunden, und dazwischen, irgendwie, ja, gehe ich raus, oder schlafe, oder was auch immer, also ich liebe das am meisten an der Selbstständigkeit, jetzt wirklich, in jedem Moment quasi, schauen zu können, okay, was möchte ich jetzt machen, ist das Wetter schön, möchte ich jetzt rausgehen, möchte ich auf dem Balkon arbeiten, oder wenn du einen Garten hast, dann kannst du im Garten vielleicht mit dem Laptop sein, das ist einfach super schön, das geht natürlich auch in dem einen oder anderen Angestelltenjob, aber wenn man selbstständig ist, man kann einfach wirklich, man kann alles entscheiden, und ja, also ich liebe das, und vielleicht bist du auch jemand, dem das sehr gut gefällt, oder gefallen würde, und da wünsche ich dir, dass du das auf jeden Fall schaffst, dir das aufzubauen, und wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann ist das genau mein, mein Ruf, dir zu helfen, für Menschen wie dir, die mir eben ein Berufsleben sich wünschen, was entspannt ist, was freudvoll ist, was erfüllend ist, was sinnvoll ist, ja, und eben deiner Berufung zu folgen, also dein, war das hier jetzt mit dem Hobby gewesen? Ja, genau, dein Hobby zum Beruf zu machen, und eben, ja, mit dem Geld zu verdienen, was dir sowieso Spaß macht, und was dir leicht fällt, und, ja, was, wo es dich sowieso hinzieht, wo es keine Anstrengung ist, dich damit zu beschäftigen, genau, also, wenn du dort Hilfe brauchst, Unterstützung dir willst, schau gerne auf meiner Webseite vorbei, oder buche ein kostenloses Kennenlerngespräch, dann schauen wir, wie ich dich da unterstützen kann, hinterlasse mir gerne ein Kommentar, auch noch unter dieses Video, wenn dich die Botschaften unterstützt haben, und wenn du jemanden kennst, der von solchen diesen Botschaften profitieren könnte, teile das Video gerne, und lass mir natürlich ein Abo da, falls du noch kein Abonnent bist, und hier gerne weitere Videos von mir sehen möchtest, um unterstützt zu sein auf deinem Seelenweg, und dann wünsche ich dir alles Liebe, ganz viel Erfolg bei allem, was du vorhast, schick dir liebe Grüße, und sage mal, bis zum nächsten Mal, bis ganz bald.